eine sekunde genau deswegen aber nur die hälfte von cola und progress nächste axt ach so ich wollte was fragen gibt es das ist eine dumme frage gibt es bei euch dieser billig energy drink vom rewe ich kenne ich weiß nicht was das genau ist ich kenne die einhalbieterflasche vom edk doch doch wuster ist es ja ja stimmt dass du das sagst da ja was ich keine ahnung ich weiß nicht die vom rewe mag ich halt ganz gerne weil die erinnern mich so an diesen klassischen oldschool energy geschmack sind so ein bisschen nach gummi bärchen so das verstehe ich so drauf und der angenehme nebeneffekt ist dass sie nur 50 cent kosten ein halber liter ich glaube diese wusterflasche die kostet sogar ein euro eineinhalb liter also ich glaube die sind halt alle kann sein wobei ich finde es da jetzt von geschmack nicht super schlecht dass also ist so mittelfeld würde ich mal sagen ich würde mir nicht kaufen weil es bessere gibt aber schlecht ich würde die trinken wenn es mir jemand anbieten ist in ordnung möchtest du eigentlich auch in die wüste mitkommen dass wir noch ein bisschen bärenstand das andere holzding geholt hast du bock dann würde ich dir auch so eine axt machen von dem von dem realm berg dann die wir noch haben noch mehr bis wir einmal in der wüste waren ich weiß mal das frische fleisch im kühlschrank wieder was für bürger haben sieben stück ein bisschen gesammelt in der zeit so wach werden wir haben kocht das fleisch wir brauchen ganz viel fleisch am besten ach so nicht weil wir müssen uns voll krass heilen in der ding rohers fleisch ist ja nicht egal dass wir haben kümmern dass ich gelehrt habe gemacht das macht das ich zu in der zeit ein bisschen reparieren und fahren und noch ich brauche als fleisch ich bin mit 30 fleischchen hat nicht gereicht oder kassierst du mal so viel schaden von dem ganzen scheiß stuff okay geil man oder ich gehe einmal kurz in die wüste sammeln dieses ding da ein und dann kann man den gleiter machen da können wir richtig machen weißt du kannst in der zeit noch hier alles herum basteln würde ich sagen geht das dass du da ist mensch ich dachte schon so so langsam hat es mit dem bären steine die neuen sachen gehen immer so labor und dann diese epischen arktischen krallen schon was das ist ja anders welt trotzdem noch reinkommen okay braucht unbedingt fleisch ich habe nur 13 mit dem fleisch so geil man porti hat sich ja doch gelohnt dahin zu gehen noch hast du noch fleisch nee erst drei jetzt nicht lange muss ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen kann dir welche geben ja dann kann ich dann direkt los nur dass wir diesen gleiter bauen weil ein bisschen schneller das movement wäre schon geil bitte nicht sagen jetzt kotzt mich schon so an aber es wäre geil oha 23 ja müsste reichen und dann tue ich den rest so fahren ok muss mein kollege ist da kommt der mit ich würde auch so gerne auf der karte markieren geht nicht ich habe beim kurz rumschalten bei twitch habe ich gesehen dass die viele sind so ein richtiger heißluftballon so scheiß bauen habe ich gestern schon gesagt ja aber ich habe nur kurz hingeschaltet um mich nicht spannen zu lassen ich musste mir auch ein schwert geben moment scheiße mal wenn man weizen abbaut kriegt man aber auch gleich wieder glaube ich am körner zurück aber schädig ist es leider nicht so ach kriegt man das ist geil wir haben ja unser malwerk hier so schärfe willst du doch da draußen also die wegfindung von den hauschies muss man auch mal ein bisschen anpassen noch das ist aber auch so sieht aus wie so ein 3d drucker ist das ein 3d drucker was sind da die so schneider ach schneider ist das das ist ein bisschen aus wie so ein 3d drucker das neue drucker aus naja dieser edelsteinschneider was brauchen wir denn eigentlich ah ok ich habe Hunger das wollte ich auch machen es ist zack ok let's go was ist denn diesen schubsaft bisschen mehr dings da ok jetzt kann ich jetzt ein minuten länger laufen regeneration aus der regeneration hier ok jetzt habe ich zwei buffs da auch wenn man halt weiß wie der progress geht dann geht es sehr schnell ja ah hier ist das licht schon wieder nicht mehr da so ist das jetzt so viel schneller oder was immerhin jetzt rang 3 dann von der axt und von der pike gleich und dann spiel durchgeschafft schon wieder breit 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 macht man denn das ok weiter naja die 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 essen das wirklich die die habe ich schon gestern ja gesehen was ok let's go let's go oh progress oh die sind da gespawnt die viecher einfach sprengstoff so beim bauen könnte man das auch mal so machen dass man nicht immer herstellen drücken muss sondern dass man vielleicht nicht öfter sich miteinander drücken kann genau das war das war das was ich am ersten tag schon gemeint habe sehr nervig sehr sehr dürf was ist denn das finde ich jetzt hier so hohe schneller ich glaube ich kann den bauern trotzdem schneller aufbauen oder ne ok ja jedes mal cool dann klickt dann das ist einfach bleibt das hast du angewählt das ist ich glaube das ist beim normalen fortnet sogar so dass das bleibt haben wir das nicht da getestet diesem 1 ging 1 da das immer die wand geblieben ist die grad da war bis man umgewählt hat da habe ich sicher ja ich meine mal so ein auto herstellen weißt du ist ja dann hier du willst aus ich möchte gerne pfeile und dann schneider die jahrhundert pfeile hin und nicht dass du jetzt mal klicken musst ach so du musst du ja auch jedes mal klicken so wie bei dem fleisch und so halt gesteckt herstellen ja das ist bei manchen sachen halt nicht keine ahnung warum du hast du ganz viel klicken kannst oh ich kann kaktus abbauen aber stimmt ja genau da haben sie es eigentlich nicht nein würde ich kackes abbauen komm nicht du hast mich hier angreift oder drei diese skorpione ich kann kein einzelnen kackes abbauen wird nur angegriffen hier es ist mir kalt ja gut die wüste ist mir kalt im moment ist es nacht jetzt esse ich mal einen maiskolben einfach und das dahin und lass mich jetzt bitte den ersten kaktus erfordern komm her das inventar ist voll boah boah wie viele schläge braucht so ein kaktus oder 100 nicht lange weg weichholz habe ich habe ich weichholz kaktus ist das ja weichholz komm her warum wollen wir sehen was passiert ja bitte ritter schild ungewöhnliches werkzeug oha geht auch unter der curve armbrust nächste stufe noch besser bekommst du ja auch gleich die anzeige was vermutest du was wir übersehen haben oder warum kleine reifen wir können uns ein auto bauen oder was ja große reifen wir können immer noch keine lampen machen haben wir nicht tauswischen die art von lampen meint der leiste wir haben nicht das um das zu machen weil immer irgendeine zutat fehlt wir können die lampen quasi von vom ersten tag an bauen die wandlampen die stehlampen aber es fehlt halt immer dieser brightcore ja und den habe ich noch nie irgendwo gesehen das müssen wir gleich anschauen dieses eine Biest hier das ganz große Biest jagt mich hier gleich um den herum kakt ist hier der kaktin hier abmakke das müssen wir gleich mal anschauen was da fehlt boah ist voll gefährlich hier heute aber zum glück auch mal ein paar mats hier überirdisch das mit der Höhle ja ok aber hat mich dann schon genervt nach der Zeit das jedes mal in die Höhle da rein muss verschwind die Fackeln die wir auf den Boden geworfen haben oder hast du die weggenommen ich hab die nicht weggenommen ich hab die nicht weggenommen wenn die auf ein Haus auch ist wo ich sie auf den Boden gestellt habe oder was die auch weg aber warte mal ja dann verschwinden die Sachen die auf dem Boden halt einfach liegen wie die ganzen Spitzexte glaube ich auch anscheinend ja das ist ja wunderschön wunderschön das freut mich das freut mich das ist um gut zu jubeln juhu weiß ich ja nicht aber genau das meine ich deswegen hätte ich gerne Lampen mhm wir hier nicht immer im Dunkeln rumlaufen müssen diese kleinen Lampen auf dem Boden und die brauchen so Brightcore die leicht nicht oder was ja aber das ist ja kein Zustand die Kerzen malzen wir die können wir schon lange brauchen aber alles andere wir können ja schon seit tausend Jahren können wir ja Bandlampen machen und wir haben immer noch nicht diesen Brightcore Brightcore warte mal ich hab den noch nie irgendwo gesehen ich hab alle Maschinen auch abgeguckt ok ich sehs ich sehs so nicht gerne ok ok weiß nicht sieht wild aus wir hätten doch eigentlich schon 10 mal haben müssen das ist quasi einer der ersten Items gewesen wo wir bauen konnten Bandlampen hm was könnte das dann bauen ich weiß nicht I don't know boah das Weizen ist jetzt schon wieder fertig So ich mach noch den Stack Weichholz fertig komm ich habe mich 90 stück von anfang ich hoffe dann ist erreich der progress wie können wir das denn angehen dass wir das herausfinden wie können wir das denn angehen dass wir das herausfinden ist natürlich nur alles durchschauen so wo ist denn das andere blaue axt hier da sagt es ist bestimmt gleich zu kalt zu heiß meine ich das holz einsammeln heute ist immer so den berg herunter das durch so ich habe jetzt 90 reich kann noch mehr nehmen aber ich muss socken bis bis wir nicht mehr können oder nicht mehr wollen alles kein bock mehr egal durch müdigkeit durch ein bock mehr kann sondern ganz auch in zehn minuten und ich bin froh durch gewisse sag ich mal stellungen haltungen übungen was auch immer doch ein bisschen wieder mehr sitzen zu können und ich hoffe dass wir ich habe ja am freitag noch beim beim vier woche noch einmal füße noch einmal im orthopäde dass ich da eine spritze kriegt wenn es wirklich so eine wunderspitze gibt die mein unterrückungsleicht ich kann so hinkriegt dass ich weniger schmerzen habe oder bis zu sechs monate kaum schmerzen haben das wert ultra kann man gar nicht vorstellen es gibt aber ich fühle mich heute gemeint gibt es wirklich tausend verschiedene arten von spritzen bei jedem orthopäde ist anders bei jedem mischen anders und ich kann auch kein kortison so spritze nehmen weil bei korte sohn verständlich meine körper und fälle dann und sterbe ich was ich jetzt schon tue so dadurch so noch zwei und korte sohn hilft ja meistens bei vielen sachen eigentlich irgendwie ausprobiert hatte habe ich nichts von gemerkt wenn ich könnte so nehmen wir sofort rot im gesicht ausschlag überall und so random kram anfälle so komplett kriegskrämpfe einfach so zack wir jetzt auf gleich das hört nicht auch am ganzen körper bauch rücken arsch bein gesicht überall und das ist dann so krass ist das so sehen dann die anfälle aus die ich da beim clip habe auf deutsch das ist so eine ich habe heute irgendwann gemerkt dass die ärzte immer als erstes egal was wir hören gleich immer erst mal kortison denken ihr war meine erfahrung heute mir immer alle kortison angreifen ich habe nur mal gesagt nee das bringt bei mir nichts ja bei mir war das hat immer auch ein thema aber sehr spät eigentlich immer ich schau mal wie stark dieser typ hier ist hat er noch ein schwert jahre hatte ok na dann lass uns mal so dass es ist der gleiche der hat mich gestriffen ich habe ein viert leben noch ich muss ja 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 stecken voll viele rohstoffe das haben wir nicht gemacht das haben wir gefunden was wir bräuchten für den progress wäre milch oder nicht wie das geht ich komme von der kuh aber ich meine das brot was wir mit da haben das haben wir nicht gefunden gefunden ich habe eben noch eins gefunden so ein kissen bei so komischen häusern was eigentlich auch machen kann man nur hefe mit einem wildes erlebnis kann sage ich dir fast fast die sturm der hat mir keine ahnung ich habe da vielleicht 10 bis 13 herzen habe ich der hat mir mit einem schlag nur ein viertel herz da gelassen das ist krass wegen diesem breitkopf müssen wir mal schauen das komische steht doch in englisch da also es kann sein dass es schon so eine early access ding hier ist so okay wenn auch vom hau da ist noch so eine kiste moment muss ich mich kurz mal vorbereiten seine kramkiste bauen ja aber kommt ein bisschen mehr taschenplatz also das ist vielleicht das ist vielleicht kann man das nicht einstellen dass er nicht alles automatisch einsammelt was du willst das ist einfach nur mit edis nimmt aber du kannst wenn zwei sachen aufeinander sind auch nicht immer beide anvisieren ja aufgefallen milch kommt von der kuh hast du gesagt hast du wenn man die scharbe streiche kommt ja wolle kommt bei der kuh milch oder was schon probiert so einfach meinst du weil es doch ein blauer gegenstand ist weil mich schon ein rarer gegenstand so ok bin gleich at home so vielleicht wird sie noch mitnehmen so ich habe auch welche gehabt okay das kann ich jetzt zu hause das ist was anderes gleiter ist halt wie bei nicht verordnet wie bei arg dass wenn du keine energie hast dann zack oder ausdauer fliegst du drunter ich sehe da im hintergrund immer so eine art regenbogen das muss doch irgendwas bedeuten vielleicht finden wir dann gold topf ok der krieger ist wieder weg von der jagd mit progress db dankeschön wieder auf die eier so naja so lange ich nicht auf den arsch gepasst ja oder irgendwelche wort zu mir ich weiß nicht wie ist es bei ewig man bringt ihren updates raus wie nicht viel öfters ich habe keine ahnung wie das wieder intervall da ist so 120 dienster ok werkbank ritter schild 8 weichholz starb drei seile nächste rüstung drei wolfhaden drei sand klauen drei bergen geschlüffene bernsteine und drei weichholz starb wolfhaden so easy oder dass das graue seite glaube ich fackel können wir noch nicht also wir können jetzt von allem des bestes was besseres herstellen bessere armbrust best also schwert halt nicht besser komischerweise er ist ein armbrust nur ok ich bin ja nicht hauptsächlich hier wegen spitzhacki oder wir haben das eigentlich wegen dem ding gemacht genau wenn ich jetzt wenn ich jetzt einmal so ein weichholz ding mache dann müsste theoretisch progress sein dass wir dann den gleiter bauen können nur in was mache ich den denn das vielleicht auch das andere machen hier ist auch hier schon ok ein so ein ding progress müsste sein bitte bitte gleiter 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 321 ich nehme es jetzt neu hat nur bei 321 zurück zählen man hätte gesagt akku stand niedrig das regt mich so auf eure also stand da nichts deswegen muss ich noch schauen wie es noch weiter geht ich versuche weiter zu pushen im progress ich muss nur kurz hier weichholzstäbe noch machen so das ganze bärenstein habe ich hierhin getan ich habe jetzt kein neues mehr geholt auf dem weg weil ich habe nur das ding geholt ich hoffe ich brauche keine rohen bärenstein mehr ich würde den schleifen weil den bräuchte ich leuchtet das geschliffene herrn durch alle schleifen und diese spitzhacke drei sand clown ok zum lück habe ich ein paar geholt ja ich müsste mal als erstes fast also nachdem du das werkzeug hast du eigentlich gleich die wenn man das weichzeug haben gleich die fette armbrust machen mache ich bin ich dabei das ist mein nächstes ziel aber erst mal den gleiter ich glaube da hat er gesagt in einem geil bei euch die spitzhacke einmal zum test schadest wir kein neues schwert haben und spitzhacke habe ich auch nicht so neue spitzhacke und neue axt beide blau jetzt die brust kordel haben wir kordel zwei kordel brauchen für die armen brust ich habe eins ich habe noch ein zweites das weg gut schon mal das hier hin ich habe zwei extra für dich für mich land dann ich denke mal da landet irgendwas ohne scheiß dinge mal da landet irgend so ein so ein raumschiff oder sowas oder fliegt steck irgendwas hoch das ist auch einer sekunde dunkel werden also wirklich wer weiß denn was für eine welt wir hier sind weißt du eine legewelt vielleicht ist da die regel so kannst du nie wissen sondern ich muss mir noch so ich sehe wieder nichts verdammt zack jetzt halt ok ich muss mir kordel glaube ich bauen das war wo hier hier kordel besteht aus fünf seilen ui ok dann braucht man zehn seile um die armbrust herstellen zu können zwei ich habe doch hier seile gerade gesehen so ach das ist seidenfaden oh mein gott dieses symbol das immer gleich ist ja das alles nur seidenfaden seile habe ich nur vier ok und aus was macht man das seile aus ranken und dann kordel ah ok ranken müssten wir ja millionen haben oder theoretisch theoretisch gehe ich von aus seile 5 franken pro seile ok seile sein faden echt nie ok ok ranken naja ranken haben wir echt gut geil schön kann halt glaube ich kann nur 30 ranken rein tun und 5 franken braucht ein sein also musst du halt immer extra noch schauen warte so weichholz weichholz starb ist hier noch bernstein ok ok ich habe hier eine blaue axt für dich reingetan in die erste kiste rechts die müsste man aber reparieren ich habe die ist mit der mit der habe ich halt abgehakt jetzt noch hast du noch glaube ich mehl vergessen oder so oder was ist das hier ja meine ganzen schneebeeren gestern ganze halbe inventar damit voll gehabt ich habe mitgenommen ich war ja die ganze zeit in der wüste ich habe jetzt noch in der tasche so willst du die noch vermehren einmal ach nee da sind nee 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 ich sehe schon vierte stück weil wir gehen ja eh gleich ins sandgebiet eigentlich da brauchen wir beide sehr viele sie könnten sie theoretisch einmal vermehren wenn wir oben genug platz haben ich sortiere gerade die untere kiste vom haus nach oben haben wir die körner immer oben und nicht mal laufen und zu ich mache beschissene seile weil ich immer noch ein paar machte mit sand und so habe ich jetzt genug seile ok passt so ähm werkbank oh gehört geräusch essen 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 gibt es nicht irgendwie besseres fleisch noch dass wir quasi weiß vielleicht noch ein bisschen aufmotzen mit dals pfeffer und marinade irgendwie das fleisch ist auch grau von der stufe ok schwert das schild ok ja stein 3 1 2 3 ja ach ok was ist die jetzt da weiß ich was das ist ein Wolfsfaden sand klauen schon im spiel so ein bisschen gewitter nicht in echt das klingt echt so dass irgendwo irgendwo in der ecke wäre bei mir am fenster verwirrend jetzt schauen wir nach links bei links ist halt fenster aber das ist halt zu trotzdem wenn es halt so laut donnert oder irgendwie blitzt dann hört man ist also dezent im hintergrund so wie wir in irgendwelchen youtube-videos sind klopfen das schaue ich auch mal zur tür weil es ja nicht so direkt ist sondern ganz leicht und was ich war das klopfen schrecklich haben wir haben wir wollen faden da wir sowas ja eine eine wolle haben wir zumindest habe ich hier mal eine wolle gefunden ich kann mir vorstellen aus wolle macht man wohlfaden irgendwie weiter geholt ach so hier ist ja beides sogar wolle und wolle fahren okay gut schön so ich kann sogar nichts brauche ich neun stück neun stück wo ist der schneider ist das ist das schneiderding da bei dem ding na wohlfaden das zappt ändern und hier okay hier poppt noch nicht der gleiter wenn wir nochmal das video schauen hast du das eigentlich gesehen ne gell 47 sekunden ist es los muss da nochmal schauen so ich jetzt ich würde schnell zufrieden gehen hattest du doch erklärt wie das ging naja aber ich glaube das gemacht zu haben aber es funktioniert noch nicht kordeln rezept ändern 123 ok ich bin da ich bin mal schnell pipi ok wir brauchen noch stoff verschiedene stoffe voltstoff und silikonstoff fehlt mir noch also silikonstoff fehlt dann noch und dann geht es anscheinend erst muss nochmal in die wüste da wundert er mich nur dass es halt dass das halt in einem anderen video da zehn wichtigsten sachen ist early game hey das ist die dritte art von spitzhacke schon was sind da early early ist nämlich ich log eine spiel eine stunde oder zwei ich bin mal kurz abgelenkt hier kurz ein paar banditen töten jaja ok die sind ja keine herausforderung mehr das ist ok sind schon alle tot da ist nämlich so eine goldene kiste da ist irgendwie nur müll drin zumindest im grünen gebiet da ist nur kacke drin lohnt sich gar nicht scheißdreck 1 2 das war sehr enttäuschend ein dritter schild ja wir können gleich mal hingehen ins schnee gerät wenn du willst ne schnee nicht wüste immer noch ja meine ja wüste wüste also du hast dir noch immer nicht diese beste rüstung gemacht ne was soll ich sagen ich bin halt ein harter kerl ne so die blaue achse hast du dir rausgenommen habe ich gesehen schwere klamotten sind was für weiche eier ja ok dann kriegst du halt nicht wenn mir wurscht krass so ok ich lege dir in die kiste wo die axt drin war ne hast du dir rausgenommen habe ich gesehen die blaue axt dann lege ich dir die nächste rüstung hin und wir können dann noch eine stärkere machen wir brauchen aber noch mehr bärenstein so wir machen davon rein eine dann oder wie 3 3 ok so da kommen kann man noch eine armbrüste herstellen von denen ja und ich stelle auch noch armbrüste her bei dieser blauen 1 2 und noch eine kann ich noch eine blaue pickaxe herstellen ja geil habe ich tue ich alles in die erste kiste rein tue ich alles in die erste kiste so dass da gar keinen platz weil da irgendeine andere sache als drin sind ok warte egal ähm dann tue ich das normale schwert erstmal raus pickaxe habe ich so ok so zack super dann kann ich die armbrüste auch da lassen schaltet dass wir dem keine armbrüste geben können dem dem helfer das ist ja doof irgendwie ist ja auch voll hier schubbärensaft geschliffener bärenstein dann müssen wir da hin tun zack wie gibt es heute keine tiere hier zack warte mal können wir irgendwas neues machen gut kalter schmuck kalte schmucke erhöht den widerstand gegen heiße temperaturen herztote wenn du volle kondition hast erhältst du nach ein paar sekunden zusätzliche konditionen das ist dieses extra ding seidenfaden sandpanzer und marmor würde gehen wir gehen ja in die ding jetzt in die wüste seidenfaden marmor sandpanzer seide haben wir ja seidenfaden 3 warum habe ich jetzt ganz viel abgelegt und diesem blauen panzer habe ich jetzt welche geholt aber müssen wir noch mehr holen ja ja also in dem grünen gebiet oder im grasgebiet wie ich es jetzt nenne gibt es kaum noch was also nächster progress ist wirklich sand da ist halt dann noch wirklich spannend aber das was hier ist ist echt echt sehr strange sage ich mal was alles gibt ich habe auch nur 17 ähm ich kann mir doch mehr herstellen warte warte was tut hier keinter schmuck ein sein ich probiere es erstmal natürlich umsonst ja nicht weglaufen ach das geht entweder oder so ne scheiß wie macht es ausgegeben was kommt denn hier rein dann stelle ich nicht noch eins her ich könnte so ein item herstellen da habe ich eins hergestellt im test auch wenn der hitz ist der ist der damit nicht zu warm äh dann brauchen wir keine bären das problem ist das ist anstatt eine rüstung und hier habe ich doch mehr rüstung mehr leben statt das ding ich dachte das ist in den rechten slot kommt das rein ich weiß nicht in die normale rüstung in die ersten drei und ich würde das ungern hergeben das ist erleben und rüstung weißt du ja ich tue doch lieber alle zwei minuten eine beere trinken anstatt drei herzen weniger zu haben weißt du ja also wenn du in der wüste besiehst du es warum und wenn wir ein bisschen milch haben können wir uns diesen einen shake herstellen und alle zwei minuten eine schneebeere ist jetzt nicht so schlimm habe ich auch gemacht das geht was kann man denn noch herstellen ok das war ein reinfall eben das scheiß das kann ich da brauche ich bärensteine die wolf waren noch rolle seite seite einmal rolle wir haben immer getötet die die schafe anstatt wolle zu holen so was erst holen und dann töten genau was wir in der wüste holen müssen ist von diesem typen die rollen ne diesen panzer brauchen wir öfters und von den hunden die krallen kriegen wir eh die haben wir glaube ich da aber aber von den grollen den fuzzis da braucht man irgendwie auch immer wieder das ok ich hab jetzt über 20 fleisch das reicht so guck mal ne ok es wird schon wieder dunkel nicht gesagt geht drauf geht drauf geht drauf hau hin ach hühner kann man hühner auch streicheln ne dann geben die was ei vielleicht oder feber ja so ne ach ich wollte mir auch dinger machen ich hab keine pfeile mehr so das ist ja echt fies eigentlich du gehst zum Huhn oder zur Kuh da brauchen wir hin dann streich jetzt das ganz lieb und dann ist die Kuh lieb und gibt dir Milch und dann ja klar oder also was denn sonst also ich mein wird auf keine andere idee kommen mein Leben so zack 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 ok gut habe ich hier Wollfaden drei stück so noch drei und dann ich krieg keine Wolle Wollfaden ok passt ah die finde ich auch mal nach Hause hier ich kann nur zwei stücke herstellen oder von dem ja was gibt es denn hier das das hier gibt es nichts Neues hier haben wir alles Neues hier einmal zweimal ok ist das hier die erste Kiste wenn wir in die erste Kiste reinlassen die Rüstung die neue auch einmal zweimal dreimal hier kannst du das haben so so hier in der ersten Kiste hast du diese Rüstung zweimal blau einmal grün ich kann nicht nochmal blau herstellen weil wir sonst ja wir haben keinen Bernstein mehr ja ja hab geblatt das kannst du dann in die Rüstung rein schieben ja nimm dir mal dein Fleisch da raus Dankeschön hast du jo ich musste meine Inventar leeren hier das kann ich nirgendswohin hier e klauen dann Weichholz Wolle Schlipshaft lasse ich da Schlipshaft egal das das Pfeile wir werden ein paar machen hier bisschen wenig Weichholz lasse ich auch da Leinfaden auch Wollfaden Kordel auch so ja reparieren muss ich beim Zeug noch und ich bräuchte halt Pfeile irgendwie habe ich keine Federn mehr Federn von einem Huhn nur eine Feder oder was ja meistens sind die irgendwo sind die an der Nacht gar nicht oder die Tiere ne die werden getötet oder verschwinden verschwinden ne wie waren das ne die Zombies verschwinden morgens weiß ich gar nicht vielleicht werden die getauscht die Tiere werden dann Zombies wenn dann wieder der Bananen was brauchen wir hier zum aufwerten Marmortafel roher Bernstein ok wir können wir Bernstein holen das das Dorf nochmal aufwerten dann haben wir noch einen neuen Bewohner ok zack 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 hier reparieren reparieren ja ok so also ich habe eine blaue Armbrust ich habe eine grüne Schwert blaue Axt und blaue Picke also ich habe alles blau außer das schlange also das Schwert müsstest du eigentlich auch genau so haben ich habe gar nichts blau eine Axt habe ich blau ich habe dir alles hier hingetan hier erste Kiste achso ich habe hier reingeguckt vorher